Mein Freund. Die Berichte stammen aus öffentlichen Medien. So möchten wir die Verbreitung von Fake News unterbinden. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Wer unseren Kanal unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube. Herzlichen Dank. Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 28. April. Herzlich willkommen bei Free Truth Media und auch heute wie gewohnt für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir beginnen wie immer in Gesamtdeutschland. Positiv getestet 3.332.532 Personen, gesundet 2.954.000. Verstorben an oder mit Covid-19 82.280. Hospitalisiert heute, Stand 15 Uhr, 5.042 haben wir minus 7 zu gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland. 296.252 haben ein Minus von 681 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,35 Prozent, heißt natürlich auch heute 99,65 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder man könnte auch sagen, noch nicht positiv getestet. Und der R-Wert liegt bei 0,93. Hier haben wir Stand 27. April und die 7-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland liegt bei 160,6. Hier haben wir Stand 28. April. Und wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet 585.055 Personen, gesundet 521.700. Verstorben an oder mit Covid-19 14.055. Hospitalisiert heute, Stand 15 Uhr, 784 haben wir plus 1 zu gestern. Ja und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern. 49.300 haben wir ein Minus von 390 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,37 Prozent, 99,63 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Bayern, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder wie man auch sagen könnte, im Moment noch nicht positiv getestet. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Freistaat Bayern liegt bei 162,9 laut dem Robert-Koch-Institut vom 28. April. Und natürlich wie gewohnt auch heute der Blick in das Dashboard des Robert-Koch-Instituts. In den letzten 24 Stunden in ganz Deutschland 22.600 Personen genesen laut dem Robert-Koch-Institut. Und dagegen überstehen 22.231 neue positive PCR-Tests. Und in Bayern in den letzten 24 Stunden 3.800 Personen genesen. Und dagegen über vermeldet das Robert-Koch-Institut 3.430 neue positive PCR-Tests. Und noch der Blick auf die Belegung der Intensivstationen heute. Am 28. April stand 15 Uhr aus dem GIVI-Intensivregister der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute in Bayern bei unveränderten 23,1 Prozent und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 25,1 Prozent. Das waren die Zahlen aus Deutschland und Bayern und wir schauen in die Regionen. Und der erste Stopp wie gewohnt in Kitzingen heute am 28. April. Positiv getestet 2.908 Personen, gesundet 2.653. Verstorben an oder mit Covid-19 85. Und momentan werden in Stadt- und Landkreis Kitzingen zwei Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Um somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Kitzingen 170, haben wir plus 1 zu gestern. Im Prozent macht das 0,18 Prozent, 99,82 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Kitzingen zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder wie man auch sagen könnte, momentan noch nicht positiv getestet. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Kitzingen liegt bei 116,3. Und wir schauen weiter nach Schweinfurt heute am 28. April. Positiv getestet 6.848 Personen, gesundet 5.763. Verstorben an oder mit Covid-19 195. In Stadt- und Landkreis Schweinfurt werden momentan 16 Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Ja und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Region haben 890 mal plus 31 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,52 Prozent, 99,48 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Schweinfurt zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder wie man auch sagen könnte, momentan noch nicht positiv getestet. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Schweinfurt liegt bei 153,3. Ja, das war Kitzingen-Schweinfurt. Neustadt Eichsbad-Windsheim hat es heute wieder nicht geschafft, uns neue Zahlen zu liefern. Ihr wisst, wir bleiben dran und schauen somit schon mal in die nächste Region. Und heute sind wir schon wieder in Miltenberg am 28. April. Positiv getestet 5.374 Personen, gesundet 4.832. Verstorben an oder mit Covid-19 120. Hospitalisiert beziehungsweise momentan werden in Stadt- und Landkreis Miltenberg zwei Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Miltenberg. 422 haben wir minus 2 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,32 Prozent, 99,68 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Miltenberg zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder wie man auch sagen könnte, momentan noch nicht positiv getestet. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Miltenberg liegt bei 196,5 laut dem Robert-Koch-Institut. Und wir schauen weiter in die Region Main-Spessart. Positiv getestet 4.322 Personen, gesundet 3.769. Verstorben an oder mit Covid-19 203. In der Region Main-Spessart wird momentan eine Person intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegt. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Landkreis Main-Spessart. 350 haben wir plus 10 zu gestern. Im Prozent macht das 0,27 Prozent. 99,73 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder wie man auch sagen könnte, momentan noch nicht positiv getestet. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Main-Spessart liegt bei 108,6. Und der letzte Stopp für heute ist die Main-Tauber-Region. Positiv getestet 4.691 Personen, gesundet 4.262. Verstorben an oder mit Covid-19 85. In der Region werden momentan sieben Personen intensivtechnisch betreut, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit aktuell positiv getestete Personen in der Main-Tauber-Region. 344 haben wir minus 8 zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,25 Prozent. 99,75 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen oder wie man auch sagen könnte, momentan noch nicht positiv getestet. Und die 7-Tage-Inzidenz für die Main-Tauber-Region liegt bei 112,5, laut dem Robert-Koch-Institut vom 28. April. Das waren die Zahlen für heute, für Mittwoch, den 28. April für euch zusammengefasst. Und wir schauen gemeinsam in die Meldungen. Ja, und es geht natürlich turbulent weiter in dieser Woche. Ich habe heute so ein bisschen wieder für euch den Mainstream durchforstet und wir schauen einfach mal, ob wir es gefunden haben. Und das Erste, was mir heute aufgefallen ist, diese vier Aktien sind der Impf-Boost fürs Depot. Allein schon wieder die Wortwahl ist ja grenzwertig. Und Big Business in der Pharma, beziehungsweise in der Pandemie habe ich es genannt, die Pharma-Branche, da schnallt alles wirklich in die Höhe. Biontech, Moderna und CureVac, die Impfstoffhersteller, hat auf jeder dem Schirm. Und an der Börse haben sie mit Rentiten von bis zu 220 Prozent auch nicht enttäuscht. Jetzt ist aber noch mehr an der Börse passiert, und zwar auch die ganzen Zulieferer für die Pharma-Industrie. Die boomt momentan richtig. Und vor allem liegt das natürlich dann auch an den Meldungen, zu denen wir gleich kommen. Also Investitionen in die Pharma-Geschichte, gerade Biontech, CureVac und Moderna, das hat sich für die Anleger richtig rentiert. Und auch der eigene Corona-Impfstoff sollte auch gegen die indische Mutante wirken. Das vermeldet heute der Ticker im BR24. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Biontech, denn der Impfstoff von Pfizer und Biontech dürfte nach der ersten Einschätzung der Unternehmen auch gegen die in Indien grassierende Corona-Mutation wirken. Biontech-Chef Ugo Sahin sagte vor Journalisten in Berlin, die entsprechenden Tests liefen noch. Aber man weiß schon, dass das natürlich funktionieren wird. Er sei aber zuversichtlich, dass der von seinem Unternehmen gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer entwickelte Impfstoff oder Wirkstoff auch gegen die in Indien aufgetretene Variante wirkt. Was für ein Glück. Und ja, auch der Herr Drosten hat natürlich jetzt heute nochmal einen rausgelassen. Am neuen NDR Podcast hat er gesagt, er rät den Risikogruppen im Winter zu der Nachimpfung. Also man sieht momentan die leichte, seiner Meinung nach, Impferfolg. Man merkt das anhand von Fallzahlen, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, aber vielleicht von zum Beispiel Sterbefälle. Aber ist Herrn Drosten seine Meinung. Aber auch nach einer Impfung würden die Antikörper auf der Schleimhaut verloren gehen, meinte Drosten. Grundsätzlich besteht bei allen Atemwegsinfektionen der Impfschutz nicht dauerhaft. Deshalb sei es völlig natürlich, dass man auch gegen Corona nachimpfen müsse. Wie beispielsweise auch bei der Grippeimpfung. Drosten sagt im NDR Podcast weiter, ab dem Herbst oder Winter wird man zumindest den Risikogruppen eine einmalige Auffrischungsimpfung spritzen. Ja, das ist ein Hoch natürlich für die Pharmaindustrie und ein guter Grund für die Aktienanstiege. Satire off. Und heute auch um 15.05 Uhr auf BR24, der Ticker hat es vermeldet, die Staaten sollen sich auf Pleitewellen vorbereiten. Ihr wisst, Insolvenzgesetz jetzt am 29. beziehungsweise ab 1. Mai muss jeder Insolvenz wieder wie gewohnt anmelden. Da bleibt es natürlich spannend und die europäischen Stabilitätswächter für die Finanzmärkte warnen vor einer heranrollenden Pleitewelle infolge der Corona-Pandemie und rufen die Staaten auf, sich darauf vorzubereiten. Viele Unternehmen stünden angesichts der Krise unter finanziellem Druck, heißt es in einer Mittwoch veröffentlichten Bericht des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken. Bisher seien die Firmen durch umfangreiche Hilfen von Staaten und Banken gestützt worden. Je länger diese Unterstützung aber andauere, desto größer werde auch der Schuldenberg der Unternehmen. Da bleibt es natürlich gespannt, wie lange die Hilfen noch fließen werden. Die Frau Merkler hat ja gestern gemeint für die Künstlerinnen und Künstler und die Kulturbranche gibt es auch noch im Herbst Unterstützung. Also da geht man schon mal aus, dass es da wahrscheinlich auch noch so den einen oder anderen Berufsausfall geben wird. Die Firmen an sich werden noch gepusht und jetzt sind wir mal gespannt, wie das dann mit den Insolvenzen läuft, wenn sie jetzt wieder ganz regulär gemeldet werden müssen ab 1. Mai. Und der Herr Scholz heute Morgen Wiederaufbaufonds ist Game Changer für die EU. Ihr wisst, der Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht in der nun anlaufenden Umsetzung des Corona-Wiederaufbaufonds eine zentrale Weichenstellung für die Europäische Union. Das 750-Milliarden-Euro-Paket sei ein Game Changer für ein klimaneutrales und digitales Europa, erklärt der SPD-Politiker bei einem digitalen Auftritt mit seinen Ministerkollegen und Kolleginnen aus Frankreich, Italien und Spanien. Die vier größten Volkswirtschaften der EU mit rund 250 Millionen Einwohnern würden bis Ende der Woche ihre nationalen Aufbaupläne für Mitteln aus dem Forst bei der EU-Kommission einreichen. Das meiste Geld erhalten Italien und Spanien, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind. Also, liebe Leute, ihr seht, Italien und Spanien hat es richtig gebeutelt, wie in Deutschland. Bei uns läuft es ja noch richtig gut, deswegen fließt das meiste Geld aus diesem Bord auch in diese Länder. Nach Italien sollen rund 191 Milliarden Euro fließen, wovon knapp 69 Milliarden Euro Zuschüsse sind. Und der Rest? Kredite. Die entsprechenden 12 Prozent italienischen Wirtschaftskraft, sagt Finanzminister Daniele Franco. Spanien erhält bis zu 140 Milliarden Euro, die Hälfte davon als Zuschuss. Deutschland hat momentan da den wenigsten Anteil, hat aber so weit wie wir es am meisten eingezahlt. Und wenn man sich das Rentenniveau, ich habe heute mal ganz kurz durchgeblättert, aber da kommen wir später nochmal drauf, warum das heute alles ein bisschen turbulenter war. Also das Rentenniveau bzw. wie gut es den Rentnern geht, da liegt Deutschland momentan laut dem Deutschen Rentenverband auf Platz 13. Nur mal so viel dazu, wer vorne liegt, kommen wir noch dazu. Und die AOK hat vermeldet, dass es weniger Krankmeldungen im Jahr 2020 gegeben hat. Im Pandemiejahr 2020 haben sich die bayerischen AOK-Versicherten selber seltener krank gemeldet als im Vorjahr. Die Zahl der Krankmeldungen unter den 2,7 Millionen Erwerbstätigen sei um fast 13 Prozent gesunken. Trotz Pandemie mit nationaler Tragweite teilte die Krankheit. Entschuldigung, das habe ich reingebaut natürlich, weil ich mir gedacht habe, wenn wir so eine Pandemie haben, dann hätte ich geschätzt, dass wir mehr Krankmeldungen hatten. Aber das war mein Fehler. Teilte die Krankenkasse am Mittwoch in München mit erhöht, habe sich jedoch die durchschnittliche Erkrankungsdauer und zwar von 12,3 auf 14 Tagen. Ja, liebe AOK, könnte auch daran liegen, dass wenn man einen positiven PCR-Test hatte, wie lange in Quarantäne musste? Richtig, 14 Tage. Wer hätte es gedacht, damit sei der Krankenstand im Freistaat mit 4,8 Prozent unverändert geblieben und die Bayern seien bundesweit weiterhin mit am gesündesten nach Hamburg 4,3 Prozent und unter dem Bundesschnitt von 5,4. Jede fünfte Krammeldung in Bayern entfiel im ersten Pandemie auf Atemwegserkrankungen. Diese seien erneut die häufigsten Krankheitsursachen erneut. Also war schon vor der Pandemie die erneute. Damals war es die Grippe, da haben sich viele Leute krank gemeldet. Und jetzt war es dann der Corona, der viele Leute zum Daheimbleiben gezwungen hat. Am zweithäufigsten erfolgte Krankmeldungen wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen und wieder häufigsten Diagnose Rückenschmerz. Das liegt vielleicht am vermehrten Homeoffice. Aber das ist nur reine Vermutung und ihr merkt, ich bin heute ein bisschen sarkastisch. Dazu komme ich später noch genauer. Ja, der Herr Söder hat sich impfen lassen. Wir haben ja alle lang drauf gewartet. Er hat gesagt, sobald er an der Reihe ist, dann macht er das auch. Ihr wisst, Prio Gruppe 3. Und da ist fast ein Viertel der Deutschen hat mindestens jetzt schon eine Erstimpfung. Und Studie bestätigt rasche Impfeffekte. Das war jetzt so die Überschrift. Und Söder hat erste Dosis des BioNTech-Impfstoffs erhalten. Ja, und dann hat es auch natürlich gleich der BR heute mitgemeldet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der 54-jährige CSU-Chef sei bereits in der vergangenen Woche von seinem Hausarzt in Nürnberg geimpft worden, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Staatsregierung. Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur in München Söder hat bereits in den vergangenen Monaten immer wieder darauf hingewiesen, er werde sich impfen lassen, sobald dies nach der Impfverordnung möglich sei. Ja, jetzt gucken wir doch mal BioNTech. Also die Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung gehören laut der Impfpriorisierung des Bundes als Verfassungsorgan zur Prioritätengruppe 3. Da diese Gruppe in Nürnberg bereits zu Impfungen geladen wird, konnte sich Herr Söder eine Spritze mit dem zum damaligen Zeitpunkt in der Praxis vorrätigen Präparat des Herstellers BioNTech verabreichen lassen. Was für ein Zufall, dass da BioNTech war und er nicht AstraZeneca nehmen musste. Mensch, und er hat doch gesagt, AstraZeneca, wer sich traut, soll auch die Möglichkeit haben, das zu nehmen. Mensch, Herr Söder, hätten Sie sich doch mal getraut und wären doch mal ein Vorgebild gewesen, diesen AstraZeneca-Impfstoff zu nehmen. Achso, nein, Entschuldigung, er war ja, er ist noch unter 60, aber nee, stopp, der ist doch auch unter 60. Kann man doch, wenn man mutig ist. Seine Aussage, nicht meine, steht so oder stand so im Mainstream. Ja, ihr wisst, die Frau Merkel hat von einem ganz schwierigen Winter jetzt schon gewarnt, denn der Impfstoff für Kinder ist noch nicht da. Sarkasmus, ich sag's euch heute immer wieder. Angela Merkel hat vor einem Betrieb mit ungeimpften Kindern in den Grundschulen gewarnt. Damit erweckt die Kanzlerin den Eindruck, nur mit geimpften Kleinkindern können wir zum Normalzustand zurückkehren. Für Familien ist das der nächste Schlag in die Magengrube. Ja, könnte man vielleicht so sagen. Kaum haben sich die Familien resigniert darauf eingestellt, dass erst im kommenden Schuljahr wieder ein Unterricht stattfindet, der diesen Namen verdient. Da denkt die Kanzlerin Angela Merkel offenbar darüber nach, mit welcher Begründung man die für Kinder katastrophale Schließung der Schulen in uns in das Unendliche verlängern könnte. Es werde noch sehr, sehr lange dauern, bis es einen Impfstoff für Kinder unter 13 Jahren geben werde, sagte Merkel nach Informationen von NTV bei der letzten Ministerpräsidentenrunde. Wir werden also im Herbst eine schwierige Situation an den Grundschulen haben. Dort müssen wir uns auf den Betrieb mit ungeimpften Kindern einstellen. Leider, der Rest geht weiter nach der Bezahlschranke. Damit komme ich zum nächsten Thema. Und ja, in Bayern ist Ferienprogramm für Kinder wegen Corona. Da freuen sich jetzt natürlich alle ein bisschen so auf die Ferien. Aber was wird dann in der Ferienzeit angeboten? Das kommt natürlich ganz auf die Inzidenz ab oder auch nicht, ob in welcher Form die Angebote am Ende wirklich durchgeführt werden, hängt aber von der Pandemie ab. Nach aktuellem Stand bedeutet dies, dass Präsenzveranstaltungen nur unter einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erlaubt sind. Mit den üblichen Hygieneauflagen, Mindestabstand, Maskenpflicht. Auch die Bereitstellung von Corona-Tests ist denkbar. Bei höheren Inzidenzen sind nur Online-Veranstaltungen durchführbar. Also wie bisher in der Schule. Das Programm umfasst den Angaben zufolge verschiedene Bereiche von Umweltbildung bis hin zu kreativen oder sportlichen Aktivitäten. Ich hoffe, die Aktivitäten im Sport sind dann ohne Maske. Ups, wieder was Falsches gesagt heute. Ja, und der digitale Impfausweis. Ihr wisst, das Impfen ist ja jetzt schon eigentlich die Eintrittskarte. Und wir sind da in Deutschland natürlich präzise wie ein Uhrwerk. Wenn auch es losgeht, dann ist auch der Impfpass da. Satire oft natürlich nicht. Und auch heute der laut Kanzleramtschef in Tagen bis Wochen fertig. Also präzise Zeitangabe, wann das Ding fertig sein wird. Und der geplante digitale Impfausweis ist nach Worten von Kanzleramtschef Helge Braun in wenigen Tagen bis Wochen fertig. In Deutschland, im Deutschlandfunk erklärte der CDU-Politiker, in Deutschland werde im Vergleich zu anderen EU-Ländern ein großer Wert auf Datensicherheit gelegt. Da gucken wir sehr drauf. Und wenn es dann mal eine Woche länger dauert, dann ist das eben so. Ja, Herr Braun, da freuen wir uns natürlich wegen der Datensicherheit. Ich erinnere nur noch mal an die Luca-App, die so Datenlücken hat. Hat ja auch keinen interessiert bisher. Und sie unterstellen jetzt schon in anderen EU-Ländern, die da schneller fertig sind, dass die auf Datenschutz wenig Wert legen. Mei, bin ich heute sarkastisch. Unglaublich. Tja, Frankreichs Justiz untersucht AstraZeneca-Todesfälle. Heute aktuell 14.55 Uhr in NTV. Todesfälle nach Impfungen mit AstraZeneca-Magazin haben die französische Justiz auf den Plan gerufen. Die Pariser Staatsanwaltschaft eröffnet nach Anzeigen von Hinterbliebenen vorläufige Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. In drei Fällen unter den Toden sind den Ermittlern zufolge zwei Frauen im Alter von 26 und 38 Jahren, die kurz nach der Impfung Thrombosen erlitten. In Nantes in Westfrankreich starb eine 26-jährige Medizinstudentin, deren Leiche nun untersucht werden soll. In Toulouse im Südwesten des Landes starb eine 38-jährige Sozialarbeiterin an Blutgerinnseln im Hirn. Auch in einem dritten Fall im Pariser Raum geht die Staatsanwaltschaft nach. Der Opferanwalt Etienne Boitin sprach von insgesamt rund 15 ungeklärten Todesfällen in Frankreich. Das sind die Meldungen heute auf NTV. Und ganz aktuell und ja, es ist leider immer schlimm, aber man muss es vermelden, weil es gehört natürlich auch dazu. 75-Jährige stirbt nach Corona-Impfung in Gablingen im Rettungswagen, heute in der Augsburger Allgemeinen vom 28.04. Eine Frau leidet nach einer Corona-Impfung im Landkreis Augsburg plötzlich unter heftiger Atemnot. Danach kommt es auf einen Parkplatz zu dramatischen Szenen. Wir wollen da gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Die Dame ist nach der Impfung verstorben und das Schlimme daran ist, sie hatte Vorerkrankungen und ihr Hausarzt hat ihr geraten. Bevor sie zu einer OP ins Krankenhaus geht, soll sie sich doch bitte impfen lassen. Und das kam leider dabei raus. Jo, das waren die Themen für den Moment. Oder haben wir noch was? Ach, natürlich. Unsere Button-Aktion. Setzt mit uns ein Zeichen. freetofmedia.gmx.de Dann könnt ihr zusammen mit uns ein Zeichen setzen. Und ja, ihr wisst, wir freuen uns drüber. Und jetzt aber erstmal einen Break. Und jetzt in eigener Sache. Erstmal sind wir heute spät dran. Natürlich, ich kann euch sagen warum. Wir haben heute eine Flut von Mails und telefonischen Anrufen bekommen. Was heute so da draußen los ist. Und warum bin ich heute so aufgebraucht? Ich kann es euch wirklich auch sagen. Mich haben heute Nachrichten erreicht aus meinem ganz nahen Umfeld, wo es um Wirkungen nach der Impfung gegangen ist. Und es hat mich heute persönlich sehr getroffen, weil es auch Menschen sind, die natürlich sich Sorgen machen jetzt. Und es war jetzt zwei Fälle. Die Menschen wurden geimpft und kämpfen jetzt mit heftigen Nebenwirkungen. Und natürlich geht mir das nahe. Und deswegen musste ich da heute ein bisschen erstmal zurechtkommen, noch ein bisschen recherchieren. Und dann dauert es halt manchmal länger, weil man muss dann erstmal mit sich klarkommen. Und vor allem auch mal mit den Menschen so ein bisschen ins Gespräch kommen. Und dann habe ich noch einen, ja, möchte ich mit euch mal heute noch durchgehen. Ah, ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Und ich habe jetzt gestern unter meinem Film einen Kommentar bekommen. Und da wir ja kritikfähig und offen sind, möchte ich natürlich diesen Kommentar auch mit euch teilen, damit ihr vielleicht euch auch ein Bild drüber machen könnt. Der Herr Oliver, ich nenne mal aus natürlich datenschutztechnischen Gründen, obwohl er öffentlich gepostet hat, seinen Nachnamen nicht. Ich habe hier zu Ihren Videos einige Anmerkungen gemacht, denn ich habe mal selbst gedacht, das Oliver ehrt dich. Problematisch finde ich schon das Einsammeln von Spenden. Damit begeben sie sich in den Bereich der Leute, die Corona als Geschäftsmodell entdeckt haben. Also haben sie ein Interesse daran, ihre Videos so zu gestalten, dass die Meinungen, die Weltanschauungen der Rezipienten möglichst gut bestätigt werden und die Leute dann spenden. Das bezeichnet man als Corona als Geschäftsmodell. Nochmal, das bezeichnet man als Corona als Geschäftsmodell. Ja, lieber Oliver. Ich gehe da drauf vielleicht noch ein. Und jetzt kommt er so ein bisschen ins Detail. Schauen wir uns natürlich auch zusammen an, weil die Nennung der Prozentzahl der Menschen, die aktuell von Corona gesundheitlich nicht betroffen ist, wird hier irreführend eingesetzt. Unter dem ganz am Anfang genannten Deckmantel der Wiedergabe der Zahlen des RKI. Das ist eine ungeheuerliche Vereinfachung der Realität und so nicht in Ordnung. Deine Meinung, Oliver, dass das so nicht in Ordnung ist. Es ist keine epidemiologische benutzte Kennziffer. Das Einzige, was diese Zahl kann, ist, zu verzerren und zu vereinfachen und in die Irre zu führen. Es gibt diese Zahl ganz einfach nicht. Ja, Oliver, es gab auch die neue Inzidenzberechnung der Kanzlerin Frau Merkel nicht, die sie gestern oder vorgestern nach dem Impfgipfel neu ins Rennen gebracht hat. Nur mal so am Rande. Es gibt diese Zahl ganz einfach. Man kann sie berechnen, klar. Aber das Ergebnis sagt nichts aus. Vereinfachung deshalb. Angehörige. Und jetzt kommt es zur Erklärung erstmal. Angehörige, Freunde, medizinisches Personal, also ÄrztInnen, PflegerInnen etc., die sehr wohl auch mit Corona zu tun haben, werden nicht bedacht. Ja, lieber Oliver, ich sage ja auch gesundheitlich nicht betroffen. Und wenn du mir jetzt sagst, dass dann ich hier was Falsches sage, also ich sage, die Personen sind momentan gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und heute habe ich mich ja gleich mal neu ausgedrückt, momentan einfach nicht Corona positiv getestet mit einem PCR-Test. So viel dazu. Und ich weiß jetzt nicht, inwie PflegerInnen dann Gesundheit oder Pfleger, PflegerInnen, Ärzte, ÄrztInnen gesundheitlich damit was zu tun haben. Nein, weil sonst wären sie ja Fälle und nicht Nicht-Fälle. Nur so viel da dazu. Und ja, und was ist mit denen, die ihre Infektion zwar überstanden haben, aber unter langwierigen Folgen leidende Reha, also er geht da. Bislang ist die Studie zu den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion noch unbefriedigend. Denn es gibt derzeit noch sehr unterschiedliche Studienergebnisse und Einschätzungen dazu, wie viele Menschen noch Wochen und Monate mit den Langzeitfolgen von Corona zu kämpfen haben. Jetzt kommt die Berechnung. Grob gehen Experten von 10 bis 20 Prozent aller Infizierten aus. Bei 3,2 Millionen Infektionen. Oh Oliver, 3,2 Millionen Infektionen seit letztes Jahr im März. Ich weiß nicht, ob man da rein korrekt von Infektionen sprechen darf. Oh, da bin ich mir nicht sicher, aber das entscheiden meine Zuschauer selber. Sind das dann zwischen 320.000 und 640.000 Menschen, die innerhalb dieser Pandemie oder dieses Pandemiejahres Langzeitschäden davon tragen oder getragen haben? Aus der Differenz von positiv Getesteten seit März 2020 und gesund seit März 2020 kann man nicht ableiten, dass nur so viele Menschen aktuell von Corona betroffen sind. Genesen bedeutet nicht unbedingt gesund, denn laut RKI berücksichtigt die Schätzung der Genesenen nicht, ob Spätfolgen oder Erkrankungen vorliegen. Es ist also einfach, die Differenz zu berechnen, wie es immer wieder gemacht wird. Also lieber Oliver, das RKI nennt das Genesen, wir nennen es Genesen. Wenn du da mit dem Genesen ein Problem hast, dann würde ich doch bitten, dich vielleicht direkt an das RKI in Berlin zu wenden und denen zu sagen, die sollten das in ihrem Dashboard vielleicht austauschen, da das dich einfach stört und da es nicht korrekt ist. Und wie du siehst, wir nehmen das aus dem Original-Dashboard. Wenn die das so nennen, kann ich natürlich jetzt auch nichts dran ändern. Vielleicht kannst du da für uns erreichen, dass sie das dann so benennen, wie es für dich korrekt wäre. Außerdem macht es keinen Sinn, schreibt er weiter, diese Zahl zu berechnen und deshalb ist die Zahl auch sonst nirgendwo zu finden. Es wurden schließlich nicht alle getestet. Diese Zahl macht nur dann Sinn, wenn alle 83.200.000 Deutsche getestet wären innerhalb eines Tages wohlgemerkt. Wir kennen die Dunkelziffer nicht. Der Anteil der positiven Testanahlen durchgeführten Tests liegt aktuell bei ca. 12%. Das bedeutet eine hohe Dunkelziffer hin oder das deutet auf eine hohe Dunkelziffer hin. Insgesamt muss man sagen, dass die Nennung diese Zahl vereinfacht und das Problem verzerrt. Ja, lieber Oliver, es ist nun mal so, vielleicht erkläre ich das mal so vereinfacht aus und da spreche ich natürlich nur von mir und nicht von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die können das natürlich alle selber beurteilen. Ich klebe mir ungern ein Pflaster auf die Haut, wenn ich mich nicht geschnitten habe. Und ich gebe es auch nicht meinen Arm ein, nur weil ich ihn mir eventuell brechen könnte. Ich weiß nicht, ob man unbedingt, also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals in meinem Leben, dass es eine Krankheit gegeben hat, die man erst ertesten muss, um zu merken, dass man sie hat. Weiß nicht, ist aber rein persönlich von mir. Ja, ich, ja, naja, gut. Nach der Nennung der Zahlen folgt immer die Tabelle mit der Karte Anteil der Covid-19-Patientinnen. Oh, unkorrekt, Patientinnen und Patienten. Wir wollen schon korrekt sein. An der Gesamtzahl der Intensivbetten. Diese Tabelle dient einzig dazu, die Zahl der intensivmedizinisch behandelnden Personen möglichst niedrig zu halten. Das ist aber irreführend. Mal ein Bild dazu. Und jetzt kommt seine Erklärung, die ist lustig, muss ich euch vorlesen. Ich fülle Zucker und Salz in einen Eimer. Wenn ich wissen will, wie viel Platz noch drinnen ist, macht es doch keinen Sinn, wenn ich mir angucke, wie viel Salz ich hineingetan habe. Ich weiß dann immer noch nicht, wie viel in den Eimer noch reingeht, weil ich mir nicht angeguckt habe, wie viel Zucker ich hineingetan habe. Auch die Intensivbetten bezogen, heißt das, das Entscheidungskriterium ist, wie viele Betten noch frei sind. Vielmehr Aussagekraft hat deshalb die Karte Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten. Hier liegen wir in 13 Bundesländern bei gerade mal 10 bis 15 Prozent freier Betten. Das ist erschreckend. Diese Karte ist für die Beurteilung der Situation besser geeignet als die gezeigte Karte. Aber um sein Narrativ aufrechtzuerhalten, zeigt er natürlich lieber die andere Karte. Ich finde es, naja, ich nehme mir eigentlich, also ich nehme mir heute echt viel Zeit für dich, aber ich finde es schon witzig, weil wenn du mich länger anschauen würdest, dann haben wir schon sämtliche Karten vom Divi uns angeschaut. Und weißt du, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind tatsächlich so clever und die schauen wahrscheinlich täglich selber nochmal ins Divi-Intensivregister und sehen genau diese Karte und wir könnten die Karten auch umdrehen. Aber es ist doch eigentlich so, bei uns geht es darum, dass die Panik hochgehalten wird, dass so viele Covid-Patientinnen und Patienten im Krankenhaus liegen. Und wir wollen einfach klar und deutlich zeigen, wie viele an den Betten momentan belegt sind von Covid-19-Patientinnen und Patienten. Und ich stehe immer im Kontakt mit vielen Krankenhäusern und auch mit denen, die dort die Buchführung machen. Und ein Intensivbett kostet sehr viel Geld und es kann sich kein Krankenhaus leisten, dieses Bett freizuhalten. Deswegen wird natürlich versucht, immer annähernd an eine gute Auslastung zu bekommen, wie im Hotel auch. Ein leeres Hotelzimmer bringt kein Geld. Nur wenn man sagt, ich halte es mal frei, weil es könnte ja jemand klingeln und noch ein Bett suchen. Das ist eben der Fakt. Ja, so ein Bett bringt nun mal auch Geld. Und wir hatten es, glaube ich, gestern oder irgendwann mal in einem Film. Es gibt die Freihaltepauschale. Es gab natürlich die Unterstützung für die Krankenhäuser, mehr Betten anzuschaffen. Und du weißt auch selber vielleicht oder ja, ich denke mir, dass du das auch in den Medien oder in deinen zuverlässigen Quellen gelesen hast, dass eigentlich die Betten gar nicht das Problem sind, sondern das Personal. Und das Personal war aber in der Pflege auch schon vor Corona das Problem. Nur jetzt kommt es halt raus. Also wir haben jetzt momentan, ich sage mal, ein Viertel der Betten ganz grob und ganz easy und ganz pauschal mit Personen belegt, die an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Weil falls du uns länger verfolgst, haben wir auch schon sehr viele Beispiele gebracht, direkt vom Gesundheitsamt natürlich bestätigt, dass auch Menschen, die aufgrund von einem Autounfall ins Krankenhaus kommen, dann einen positiven PCR-Test haben, als Corona-Patient dort drinnen liegen. Obwohl sie aber wegen dem Unfall da reingekommen sind. Also von daher nur so viel da dazu. Und ein Narrativ, naja, mein, weißt du, mein Narrativ, ist nett. Im weiteren Verlauf der Videos gibt es viele weitere Beispiele für Vereinfachungen. Und hier wird Cherrypicking betrieben. Puh, also ich mag eigentlich schon mal von vornherein keine Menschen, die so Anglizismen verwenden. Es gäbe bestimmt auch ein deutsches Wort hierfür. Ähm, Kirschen pflücken wäre vielleicht sowas gewesen. Nur so, aber ist meine persönliche Einstellung. Viele Artikel, die hier schlicht vorgelesen werden, passen in das Narrativ. Es sei doch alles nicht so schlimm mit Corona. Und es wird immer hierzu häufig die Bild und andere qualitativ schlechte Medien zitiert. Gut, das ist deine Meinung. Ähm, NTV, Welt, Münchner, Merkur. Und, ähm, ja, wir hatten, oder wir haben sogar einmal wöchentlich, ähm, doch tatsächlich, ähm, die kompletten, also die RKI-Zahlen, also wirklich wie viele Tests gemacht wurden, wie die positiven Quote ist und so weiter. Und wir haben vom Paul-Ehrlich-Institut einen Sicherheitsbericht drinnen. Und, ähm, ja, das sind auch unsere Quellen. Und wenn du jetzt NTV, Welt, Münchner, Merkur, etc. für uns seriös hältst, deine Meinung ist der Mainstream. Und auf der ersten Seite steht, wir zitieren den Mainstream und wir fügen den für unsere, ähm, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer zusammen. Und, ähm, wir picken nicht raus. Und weißt du, warum? Habe ich gar keine Zeit dazu, rauszupicken. Bei uns geht's nun mal um diese Themen. Und, ähm, anschließend schreibt er da noch, ähm, abschließend mal gucken, ob dieser Kommentar lange stehen bleibt. Da sieht man ja schon mal, dass du erwartest, dass wir das löschen. Und da frage ich mich, warum sollte ich das tun? Wir, mein Kanal, wir stehen für Meinungsfreiheit. Du kannst sagen, was du möchtest. Bist ein freier Mensch. Steht sogar hier drinnen. Im Grundgesetz, Meinungsfreiheit. Sag deine Meinung. Akzeptiere ich. Habe ich doch kein Problem damit. Aber sei vorsichtig mit Unterstellungen. Das ist wieder, so ein Punkt hat nicht unbedingt was mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn du schon mir Sachen unterstellst. Und, ähm, du beschwerst dich über, ähm, ich würde Spenden einsammeln. Hm, was soll ich dazu sagen? Du magst den Fernseher an und zahlst bereits dafür. Und du magst den Radio an und zahlst bereits dafür. Ohne, dass sich jemand fragt, ob du dafür bezahlen möchtest. Du schaust dir meinen Film, nimmst dir unwahrscheinlich viel Zeit, den, ähm, zu hinterfragen, zu kritisieren. Dein gutes Recht. Ohne dafür was zu bezahlen. Du gehst aber auf zum Beispiel die FAZ online und Opsala Bezahlschranke. Bezahlschranke. Kann ich dir noch tausend andere Sachen nennen. Bezahlschranke. Da bekommst du die Informationen nicht. Hast du hier was bezahlt? Nein. Musst du hier was bezahlen? Nein. Und wenn mich und meinen Kanal jemanden unterstützen möchte, dann ist das seine freiwillige Entscheidung. Könnte ja auch sein, dass er sagt, ich finde es toll, wie der Typ das macht. Schaue ich mir jeden Tag gern an. Dann ist das jedem Menschen seine Entscheidung. Aber er bekommt Informationen vor dem Bezahlen. Und schau mal, selbst für dich habe ich mir Zeit genommen, das durchzulesen. Habe mir Zeit genommen, ein bisschen drauf einzugehen. Ich weiß, du wirst einen riesen Shitstorm mir zurückschicken, weil die antworten für dich alle zu, ähm, ach, die gefallen dir nicht und so. Und dann habe ich noch mal was Kurzes für dich, weil, ähm, habe ich hier rausgesucht. Du bist auf die Long Covid eingegangen mit über, ähm, waren es 600.000 Long Covid? Wir haben hier eine Studie, habt ihr unten extra den Link reingemacht, hier online. Weiß ich jetzt aber allerdings nicht, ob du den für seriös oder nicht hältst. Ähm, und da steht drinnen, zum Beispiel haben wir jetzt mal 4000 Daten von Infizierten gesammelt. Und, äh, bei etwa 13% traten Beschwerden über mindestens 28 Tage auf. Danach waren die weg. Und bei etwa über 2%, über 12 Wochen und länger, also 2%, nicht die Prozent, die du, äh, jetzt habe ich vielleicht auch für dich die falsche Studie, ähm, mag sein. Und noch zum Thema Meinungsfreiheit, weißt du, du kannst mir schreiben, was du möchtest, ich kann dir erzählen, was ich möchte. Und das ist auch gut so, weil es muss auch so sein, denn sonst geht es nämlich eh schon in den Bach runter mit der Meinungsfreiheit und dann sagst du, na, wir haben ja Meinungsfreiheit in Deutschland. Da erinnere ich dich nur an eine Sache. Es gab jetzt 50 oder 55 Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben mal ihre Meinung erkundgetan und die haben einen Mega-Shitstorm und dann hat es sogar geheißen, der darf nicht mit dem Tatort mitspielen, die gehören alle gekündigt und was weiß ich noch alles. Und siehe da, jetzt machen die alle bei einer anderen Aktion, also alle mal, alle mal es, alle mal Schicht machen, so vom Doc Caro die Aktion, die so viel Zeit hat, dass sie täglich irgendwo auftaucht, Doc Caro. Also Doc Caro, tolles Zeitmanagement und, ähm, ja, macht er jetzt was anderes. Warum? Weil er Schiss hat, seinen Job zu verlieren. Meinungsfreiheit. Ähm, oder YouTube zensiert, was YouTube nicht passt. Oder man wird verfolgt, wenn man eine Meinung hat. Und, nochmal hier, Meinungsfreiheit. Du kannst sagen, was du willst. Ich kann sagen, was ich will. Jeder kann sagen, was ich will. Natürlich, solange es keine Parolen sind, die in irgendeine Außenecke gehen. Ne? Sind wir mal so der Meinung. Musste ich heute mal loslassen. Habe ich mir Zeit genommen. Ähm, jetzt erwarte ich einfach deinen Shitstorm und du wirst mich auseinandernehmen und sagen, alles falsch dargestellt und wie auch immer. Und, ähm, bitte tu mir nur einen Gefallen. War denn nicht, dass ich dir nochmal antworte, weil, ähm, die Antwort ist dann leider hinter der Bezahlschranke. Das war's für dich heute und in meinem Film. Und, ähm, für alle anderen, die gern bei mir zuschauen, natürlich sage ich danke für eure Unterstützung, wie jeden Tag. Ich sage danke für eure wirklich tollen E-Mails, ähm, für Likes, für Kommentare und, äh, für die Daumen hoch. Und, ähm, ja, ihr wisst, warum ihr da seid. Und, ähm, es ist ja niemand gezwungen, aber ich freue mich natürlich, ähm, wenn mir jemand zuschaut. Aber ich mache das Ganze auch so mit einem gewissen, mit einem gewissen meiner Einstellung und lasse mich auch nicht verbiegen, egal, was mir entgegenfliegt. Und ich bin heute sehr emotional, weil wenn mich private Nachrichten erreichen, wo es über Schicksale geht, die mich selber mitnehmen, dann, ähm, mache ich mir da schon Gedanken und, ähm, bin zum Beispiel niemand, der jetzt hier eine gute Show abliefert, ähm, um angeblich Spenden einzusammeln. Und da gibt es natürlich andere. Da gebe ich dir auch recht. Es gibt andere, da kannst du nur in den Chat rein, wenn du Geld bezahlst. Bei Oliver nochmal zu dir da, ähm, alles klar. Aber jeder seine Meinung je wieder machen möchte. Und meine Zuschauerinnen und Zuschauer sind so erwachsen, sind so toll, sind so clever, stehen so in der Mitte. Die können für sich ganz allein entscheiden, was sie tun, was sie anschauen. Und die machen sich alle selber Bild. Das merke ich, wie ich Kommentare bekomme, wo die Menschen dann nochmal nachrecherchieren. Oder nach Linksfragen zu irgendwelchen Studien, zu irgendwelchen Arbeiten. Also, ich bin mit mir im Reinen und, ähm, jetzt höre ich aber auf für heute. Jetzt komme ich runter, jetzt trinke ich ein Bier und dann, äh, ist mir das auch heute völlig egal, was da noch kommt. Ähm, von den Hatern, von den Kritikern. Ja, würde meine Sendung keiner schauen, hätte ich auch keine Kritiker. So ist es nun mal. In diesem Sinne, bleibt trotzdem in der Mitte, bleibt entspannt. Ich freue mich, dass ich euch immer wieder ein bisschen Kraft geben kann. Und, äh, zusammen, ihr wisst es, wir sind viele, wir werden immer mehr. Wir gucken halt hin, wir fragen halt nach und wenn es in Zukunft verboten sein sollte, dann gucken wir trotzdem hin und fragen trotzdem nach. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis morgen, euer Dirk.